ZDF Kultur, der Festivalsommer auf dem Melt Festival und ihr seht es schon neben mir sitzt Kelly vom Block Party. Hallo! Wie ist dein Deutsch? Nein, nein, nein. Ich spreche nicht in Deutsch. Das ist ziemlich gut, danke. Ich meine, es gab die Möglichkeit, in meiner Schule zu machen, französisch, deutschlandisch oder latinisch zu machen. Und ich habe französisch und latinisch gemacht. Also, ich weiß nicht, latin war nicht sinnvoll, aber deutschland wäre viel mehr sinnvoll. Kelly ist hier und ich bin sehr, sehr glücklich, dass Sie hier haben. Ich war einer derjenigen, die etwas Angst haben, von vielleicht nicht zu sehen, als Block Party wieder zu sehen. Oh, mein Gott! Warst du auch Angst? War ich Angst? Nein, ich war nicht Angst, denn alles muss nach einem Ende kommen. Alles muss nach einem Ende kommen. Und wenn es ein Zeitpunkt war, würde ich nicht Angst haben. Nein, weil es wäre der Anfang von etwas anderes gewesen. Aber nein, ich war nicht Angst. Aber glücklich, es ist nicht der Ende, denn wir haben einen neuen Rekord, und wir werden es für zumindest ein Jahr produzieren. So, es wird ein neues Album kommen, von 4. Es wird in August sein. Die typische Frage ist, ist es, ist es etwas Freude mit dem neuen Rekord? Ja, es ist total Freude mit dem neuen Rekord. Ich denke, mehr so als die anderen Rekord, weil wir das Rekord haben, weil wir das Rekord haben, wir mussten es fühlen, während wir es in der Studie schreiben. Wir mussten es fühlen, und wenn wir nicht fühlen, wir wussten es nicht, wir wussten es nicht. Aber die anderen Rekord haben, das Rekord ist, wenn alle anderen Rekord haben, das Rekord haben, wenn Son of the Alarm und Intimacy und A Weekend in the City das Rekord haben, dann das Rekord ist das Rekord. Ist es? Ja. Es sagt, es ist ein Rekord zu form, aber ich glaube, dass die Rekord noch nicht gehört, denn das Rekord noch nicht, denn das Rekord noch nicht. Es ist nicht so etwas, dass wir noch gemacht haben. Es gibt noch mehr Guitars, aber die Art wir spielen ist in eine Art wir haben, wie wir noch nie gemacht haben. Es fühlt sich, es fühlt sich, wie wir eine andere Richtung haben. Die offizielle Melt-Hymne ist von Block Party. Es ist eine Remix von Octopus. Ja. Die offizielle. Die offizielle. Was möchtest du besser, die Octopus-Remix oder die Octopus-Single? Ich meine, es ist immer interessant, mit Remixes, weil jemand nimmt eine Musik, die du kennengelernt hast, und sie re-imagine es, und sie re-imagine es, in eine Art, die du irgendwie reconnaissst, aber nicht. Es ist immer etwas strange, zu hören, die Remixes von meiner Musik zu hören, weil du, ich weiß nicht, es ist wie man sich durch eine Distorted-Mirror schauen. Ich mag diese Remix. Wir hätten es nicht können, wenn wir es nicht haben, aber manchmal, ich mag sie nicht. Aber andere Leute auch. Also, Meld-Hymne, und dein dritte Mal auf Meld. Was ist so speziell über dieses Festival? Ich meine, es ist großartig. Es ist alles interessant, zu sehen, die ich eigentlich möchte, als ich, ich weiß nicht, wie viele die Bands, die bei Festivals, die ich wirklich nicht sehen möchte. Also, ich versuche, dass ich etwas später catche. Ich möchte Nero sehen. Blog-Party, tonight, beim Meld Festival live in ZDF Kultur. Merci bien. Merci bien. Dankeschön. Repetition. No way! Tschüss.